Kick. Warum kriege ich das mit dem Finishing nicht ganz hin? Das sieht nicht aus wie ne Falle, nicht wahr? Ach Gott, die wird erst da aktiviert. Und der Punktmachin kommt zum Beispiel stattdessen auch noch. Nicht gedreht. Der hat mir Aua getan. Das Böse. Und, was ist das rausgefunden? Es ist ein... Ein, was ist es? Eine Strecke, die das Teile. Sehr schön. Ja, auf den Sollen kriegen wir eh nix raus. Oh, und schon wieder die nächste Ebene. Von der Karte her hätte ich das ein bisschen später erwartet, aber naja. Das Spiel ist wie das Spiel nun mal ist. Ich spiele das Spiel. Ich spiele das Spiel. Ich spiele das Spiel. Ja, ich bin hier etwas mehr. Und dann müssen wir es wieder haben. Das muss aber vielleicht nur noch sagen. Ich spiele das Spiel. Aber wo ist das? Das war das Spiel. Wenn man tagsüber gerade nicht so viel Zeit hat, dann... Was ist ne andere Tageszeit her? Kaputt. Alles muss sterben durch unsere Hand. Weil wir so ein super Brot bist. Brot ist halt alles kaputt. Schuckelzwerg, eh yeah. Hat sich gedreht wie sonst was. Habt ihr gesagt? Sehr gut. Luft. Nicht. Luft. Auch nicht. Aber wir sind hier auch mit Aktivität. Segen. Und die Pop-Ups, die hätte ich ja was schon gesehen. Wauwauwauwauwauwauwauwau. Nächste Pop-Ups wieder da, oder? Kick. Ach, hei. Okay. Das erste Mal, dass wir hier jetzt wirklich alles wissen haben. Nur irgendwas zu finden. Hm. Aber ob's irgendwas bringt? ne. Da fliegt's wirklich. Hm. Wie würd ich gern noch viel mehr Schaden machen. Ah. Ah. Oh nein. Schaf, das hat einen normalen Schaden genommen. Wie episch. Oh nein. Das muss unbedingt auf YouTube gestellt werden. Hey, es ist auf YouTube. Wir zerschlagen kleine Teller. Bäume können weich zacken, die sind viel zu massiv. Diese labben Steinsäulen hier dagegen. Mich und die Dinger verfallen sind, die können wir zu häxeln, wie wir lustig sind. Seht ihr ja, ne? Man macht die Hilfe. Und? Funktioniert auch das 1-A? Wie? Es bringt ja doch was, die Teile zu zerschlagen. Aber ich hätte ein weiterer Lebenserg-Kristall. Ich weiß zwar nicht, was der erste Kristall, den wir gefunden haben, ein Lebenserg-Kristall wird. Ach, shit, jetzt sind die nicht mehr ausgelöst. Wie macht das denn? Ja, wir haben einen langsamen Lebenserg-Kristall. Ich hatte bei Ihrem Inventail-Kristall. Und ich kann uns weitergehen. Bam, 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 bam. Ja, wir sind Schokozwerg, alias Schnetzel, wie ich letztens von einem Kollegen gehört habe, der mich dazu gebracht hat, hier ein Detail hier zuzuholen, aber bisher bin ich von dem Spiel nicht so sehr angetan, wie ich es glaube ich gerne wäre, weil da spielt nicht so viel für mich. Ich schätze, das ist eine Tatschöne, wie ihr seht, gibt es hier ja so viel für mich, das ist so, das haut euch, die ganze Semiferei aus den Toten, na? Ach ja, und Falschaden haben wir jetzt interessanterweise irgendwie auch nicht bekommen. Ich hab mich schon mal darüber beschwert, dass die Gegend immer Lebensanzeigen haben. Hm, das finde ich in der Weise schade, dass man nicht weiß, wie viel man den Griff effektiv abzieht. Da fliegt was, da fliegt was, noch ein Lebenserkrystal, yeah, eine Bonusmission wurde erfüllt. Wir sind super heftig, deftig. Ja, so wie ein paar andere Millionenspieler von Vindictus. Darauf einen Schluck Traubensaft. Hm. Glaube ich, dass nur da, wenn die Räder anfangen hat, nur mögliche nicht aneinandergekommen sind. Da wird die Sprechschule sein, ein neues Gebiet. Ein neues Gebiet, in dem ihr zuvor, also, ähm, hust, hust, in dieser Mission, in diesem Gefecht, noch nicht wart. Ja. Hey, ich hab mich gar nicht probiert. Okay, jetzt. Ich hab mich nicht. Den ersten, den will ich nicht, zugeben. Guten Tag. Oh. Ich hab mich den Gegner mal, ein neues Gebiet schlafen. Und den Gegner. Finish. Finish. Was ein Problem? Unglaublich, was ist, wenn ich den nicht finische? Und wenn es auch hat, umzugegen? Ich bin selber, weil ich kann, und es rumgaggt, und... Finish. Hier. Kick in your face. Aber wie funktioniert das nicht mehr? Ach, er ist der Trett. Gut, irgendwie ist grad wieder der Thron abgestockt. Mit auch dem Vorgang der treuen Geister Number. Oh mein Gott. Die Rache. Ja, äh. Ach, wie ist es, wie ich mich noch was haben. Oh, ja, ja, ja. Bösen, bösen. Wie ist es, wie man schon mal angetan? Und jetzt fordert er seine Rache. Dann bleiben wir nicht vor, wenn wir einfach in diese Instanz verlassen, dann müssen wir ihm trotzdem Sammeln abgeben, weil sie es nicht machen können und weil Dreen es nicht machen kann, weil sie ein NPC-System nicht für solche Instanz zulassen ist, müssen wir uns in der Karte dran machen. Und sind wir noch mal schon vorbei? Finish. Ich würde jetzt gerne wissen, wie ich dich finishe, aber dann wird es leider bei einem Asskick bleiben. Wunderschön, ich will... Prost. Darauf treten wir rein. Magiches Pult. Mana-Staub? Ey, das ist grün. Nicht das Mana-Staub, aber wie es geschrieben ist. Ich will mehr Schaden mit den Schalterlern. Dann können wir noch mehr Säger sparen, wenn wir viel mehr Säger schnitzeln und damit... Da liegt so viel Gold. Boah, wir haben auch so wenig Gold und daher interessiert es uns. Fabulös. Famos, famos. Ja. Ein neues Gebiet. Völlig neu da. Man kennt es... ...nicht. Weil es ist selten... ...aber es ruckelt... ...neue Chance. Das... ...miese sind da zwei... ...die... ...find ich nicht okay. Hörst du aus, Wolf? Was? Nein, das ist ein zackes Zahn. Der benutzt... ...aufgelandene Fügel. Das ist nicht gut. Dann können wir uns erst mal... ...den Wolfsschwanz. Okay... ...der kann auch treten... ...das ist immer wie was. Dafür können wir auch... ...den Wolfsschwanz. Wow. Wir sind so... ...ich weiß es nicht... ...aber wir können uns ja inside lassen. Warten wir grad wieder ein... ...wenn er uns nicht verfolgen würde... ...und er gegen den Schaden schon überstarrt. Er ist in der Heckbrun. Äh... ...nicht mal 10 FPS grad. Leute, tut mir leid... ...aber ich weiß nicht, wo man das liegt. Was passiert hier grade... ...was nicht passieren sollte? Zumindest musiktechnisch ein bisschen Spaß. Ne? Jaa... Wir kriegen einen Kick in die Hände. Ich spiele das einfach nicht... ...neu... ...das ist scheiße so... ...ernster. Wie soll ich... Oh, wie ist besser mit dem GC? Uli, wirst du... ...ich hab mich schon... ...een besseren GC geholt. Jaa... ...das war auch... ... ist überhaupt ein Grund dafür, warum ich einen Peace gemacht habe. Ja, ist gut, so ist das so genau. Sollte, was hier jetzt alles tun. Die Leute, die war doch klar. Und du bist ein Bossgegner und kannst nichts treffen. Ist nicht schlimm. Irgendwann lernt jeder das Boot. Selbst mit deinen aufgeladenen Schüssen, triffst du nichts. Es tut mir leid. Look in your face. Kick. Ja, warum? Warum hat das so scheiße? Ähm. Egal. Wir haben das jetzt schon in einer Lebensleistung gefledigt. Es ist immer, dass sie jetzt mit Wache zu tun hat. Ich hätte mir vielleicht die Story durchlesen können. Ja, aber irgendwie scheint die Story hier sehr sekundär nicht über den Tanz zu sein. Und über den Tanz hier für die Leute, die es nicht kann, dass es so in die Hand hat, dass ich stehe. Ja. 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 Ich würd dich ja gar nicht schüttet, aber ich weiß gar nicht, was raus ist. Von daher musst du auch coins zu scherten. Ja! So. EhtOLLEN! Schartenzahlen ist gut. So, jetzt kommt wieder unsere fabulöse Wertung. Ich glaube, ein SSS übernetzen mal Smokin' Six Style. Ich benutze einfach mal die Bedeutung von Devil May Cry dafür. Und hey, schaut mal! Die FPS stabilisieren sich so langsam wieder. Aber nur so langsam. Betonung liegt auf langsam. Stattdessen geht der Musik-Remix-Teil wieder los. Oh, Kampf da. Diesmal nur A. Wie Arschloch. Schau! Oh, Bonusbelohnung! Drei seltene Erdnis gefunden. Die Gegner mit Speer und Töten habe ich nicht gemacht. Hm. Rezepte für Fergus. Oder von Fergus. Man weiß es nicht. Ja, ich bin... Ich bin... Wohl... Wohl... Vielen Dank.